Ja, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in Ingolstadt, 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 bald sind wir aber nicht mehr hier, wie ich euch versprochen habe. Bald sind wir in Nürnberg, Hamburg und so weiter. Aber zur Zeit, ich muss hier bleiben, wegen ein paar Gründen. Auf jeden Fall, was machen wir heute? Wir machen heute, das gleiche Video haben wir sowieso gemacht, aber ein bisschen anders natürlich. Der erste Part haben wir schon gemacht, also ruf deine Mutter an und sag, wie sehr du sie liebst. Wir machen jetzt den zweiten Part. Der zweite Part, ruf deinen Vater an und sag, dass du ihn sehr liebst. Schau mal, wie die dann reagiert haben. Wir sind schon fertig mit dem Video. Ich glaube, ich habe Probleme, ich vergesse immer das Intro. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Abonniert den Kanal natürlich nicht vergessen, wir haben bald 1000 Abonnenten. Und folgt mir auf Instagram. Okay, stellt euch mal vorerst mal. Ich bin Pia, 16 Jahre alt und gehe in die Wirtschaftsschule, 10. Klasse. Ja, ich bin Samira, ich bin 14 auf Wirtschaftsschule in Ingolstadt. Okay, in diesem Video ist es egal, auf jeden Fall ist es egal. Okay, was du machen musst, du rufst deinen Vater an und du sagst, wie sehr du ihn liebst. Schau mal dann, was er sagt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, wir haben schon den ersten Part gemacht, jetzt machen wir mit Vater. Dann musst du auf laut spielen, okay? Aber erst mal spielst du ein bisschen, okay? Nicht direkt sagen. Ja, wie geht es dir, alles gut? Ich muss dir was sagen. Wie ist das? Danach. Okay. Auf laut. Hallo. Papa. Was ist denn? Ich muss dir was sagen. Was? Wie geht es dir erstmal so? Warum, wie geht es dir erstmal so? Papa, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Was ist denn? Nichts, ich habe dich einfach nur ganz doll lieb. Aha. Ja. Sag, was los ist. Es ist gar nichts los. Irgendwas ist doch. Nein, hast du mich nicht lieb? Warum? Ja, einfach nur so. Na, freilich. Das weißt du doch, oder? Kann ich nicht sagen, oder was? Was ist jetzt? Nichts, ich wollte nur sagen, dass ich dich ganz, ganz doll lieb habe. Ja, aber ist irgendwas. Na, ist nichts. Ist denn? Was? Ist denn? Ingolstadt. Was ist was angeschneit? Nein, ich habe nichts angestellt. Mhm. Ja. Ja. Also, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Ja, richtig, ja. Okay, dann tschüss. Bis später, pfiatri. Auf jeden Fall. Ich war schon süß, aber ich habe nicht verstanden. Man muss ja bayerisch gehen, ne? Okay, auf jeden Fall war ich schon süß bei dir. Oh Gott. Ja, oh Gott. Da wird es nicht rangehen. Okay, stell dich mal vor. Ähm, ich heiße Lilith, bin auch 14 Jahre und ja. 14 sagt ihr, ne? Okay, Lilith. Lilith. Okay, Lilith. Wie gesagt, erst mal redest du ganz normal mit ihm. Sagst du, Baba, wie geht es dir? Papa, wie geht es dir? Was machst du? Ich liebe dich über alles, dies, das. Schauen wir, was er sagt. Papa, was machst du gerade? Ich bin daheim, was ist? Okay, ja, ich wollte einfach kurz anrufen und sagen, dass ich dich lieb habe. Ja, einfach so. Das ist schön, das freut mir auch sehr mal aus, ja. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich wollte dir das nur einfach mal kurz sagen. Du bist so lieb, mein Schatz. Okay. Pussi, mein Liebling. Pussi, ich tschüss. Pussi. Wie süß, schau mal. So muss es sein, ja? Ja. Wie süß. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich habe nicht so das gute Verhältnis mit meinem Dad, aber... Sagst du, dass du deinen Vater öfter hast? Letztes Mal. Ich glaube, als ich zu seinem Geburtstag gratuliert habe. Bei einem Jahr. Nein, dieses Jahr, aber vor ein paar Wochen. Ein paar Wochen schon? Mhm. Okay, man muss halt öfter sagen, ja? Ja. Dankeschön. Danke auch. Okay, ich stelle dich mal vorerst mal. Also mein Name ist Paul. Ja? Und jetzt? Wie alt bist du? Ja, 14. Okay. Papa. Ja? Ich liebe dich. Ja, Paul. Ich habe dich lieb. Ich auch lieb. Ja? Wie geht's dir? Ja, schon. Wieso? Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir sitzen. Wo seid ihr gerade? Ähm, beim Anziehenfluss. Ja, ähm, ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich ziemlich liebe. Also, dass mir echt am Herzen liegt. Das ist schön. Das freut mich. Ja. Das freut mich. Ja, ich wollte nochmal sagen, dass ich wirklich liebe. Okay, alles klar. Äh, ich dich auch. Ja. Bis später. Ja, ciao. Ich habe vergessen zu sagen. Du musst erst mal so ein bisschen reden. Baba, wo bist du? Wie geht's dir alles gut? Danach sagen. Nein, ich mache jetzt nicht nochmal. Nein, nicht jetzt nochmal. Aber, er hätte es eigentlich so gemacht, aber ich habe es vergessen. Es ist meine Schuld. Bro, ich bin gerade eben gekommen, extra wegen dir, Mann. Lüge. Ach. Alter, verpiss ich jetzt. Okay, bro, stell dir mal kurz mal. Also, ich bin Danis. Ich bin 14 Jahre alt und komme aus Bosnien. Wir haben dir schon erklärt. Ja. Aber du bist erstmal ganz normal. Du bist ganz normal. Baba, wie geht's dir? Alles gut? Danach sagst du, Baba, ich habe dich sehr lieb. Du bist in Bosnisch oder? Baba, wie geht's? Also, wie ist es gerade? Was fühlst du? Kaks. Ich erinnere mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Danke. Danke. Viel Spaß beim Singen. Tschüss. Ein YouTube-Video, würde ich dir sagen. Ah? Ein YouTube-Video? Ja. Okay, kein Problem, kein Problem. Tschüss. Hei, tschau. Du hättest nicht gesagt, der Arme. Ich musste. Er ist vorbereitet. Er ist singen. Du hast noch Bosnisch geredet. Ja, am Anfang. Ja. Er ist gerade am vorbereiten. So Piano und so. Weil er geht singen bei Hochzeit und so. Und er hat Zeitruppe singen. Du musst schnell. Genau. Deswegen. Danis. Ja. Instagram. Du machst sowieso Katzen. Nein, ich mach nicht. Ach, Eli. Ali. Mein Bruder jetzt. Kameramann. Was gesagt, Leute. Ich bin gerade jetzt gekommen. Ich hab mich gekommen. Und was ist die Challenge heute? Hier machst du auf sie es, okay? Du rufst nicht deinen Vater an, du rufst deine Freundin an. Ich ruf meine Freundin an. Du rufst deine Freundin an, schau mal. Ich hab sie schon vermisst. Sag mal, dass du sie erlebst. Oh, ich hab kein Internet. Fuck. Ey, gib mal einen Rutschpunkt. Nein, bin ich nicht. Schatz, du wirst das Video safe sehen. Schatz, geh weg. Schatz, ich liebe dich. Das sollst du wissen. Und ja, ich liebe dich über alles. Und ich komm später zu dir, ja? Okay, ich stell dich mal kurz mal. Ich bin Leni, ich bin 16. Und ich komm aus Ingolstadt. Okay, Leni. Wir haben dir schon erklärt. Du rufst deinen Vater an. Erst mal redest du bitte ganz normal. So, was machst du? Danach übertreibst du. Baba, ich liebe dich. Danke, dass du da bist. Dies, das. Schau mal, was er sagt. Wie er reagiert. Das filmen wir heute. Ruf an. Nein, das ist mein Gott. Stiftet? Ja, kann ich probieren. Mach Stiftet. Bist du gut mit deinen Stiftet? Ja. Okay, dann gut. Du hast Andy gespeichert. Ja. Willkommen bei O2. Ruf deine Mama an. Okay, irgendwie nicht so. Wenn sie auch nicht reinheben. Ich bringe mich hier um. Ah, da hat er direkt versucht zurückzurufen. Ja? Hallo? Hallo? Was machst du? Was mache ich? Ja, bist du wieder zu Hause? Bin zu Hause, ja. Ja, okay. Maya und Diana sind auch zu Hause, oder? Genau zu Hause, ja. Okay, ich wollte dir was sagen. Und zwar, ich wollte dir sagen, danke, dass du da bist und ich hab dich lieb. Okay, danke. Ja, das ist eigentlich eigentlich schon alles. Okay. Ich schlafe heute, ja, ich bin heute nicht zu Hause. Ich schlafe heute woanders. Alles gut. Hab dich auch nichts. Tschüss. Ciao, ciao. Hm, ich habe mehr erwartet. Ich habe auf mehr erwartet. Der ist so, hm, Wollum, ich bin hier. Filmst du mich gerade, ja? Der ist so, hm, okay, okay. Danke, dass du mitgemacht hast. Gerne. Willst du Instagram sagen? Ja, das ländest du eh nicht ein, aber lieb. Okay, wir versuchen mal das zweite Mal, oder? Stell dich mal nochmal vor. Boah, ja, okay, ich bin Samira. Ich bin 14, bin mit der Schulschule Ingolstadt. Dein Vater ist gerade im Türken angerufen, gell? Ja, ja. Deswegen nochmal. Wie gesagt, kannst du mal reden, danach übertreiben. Ich liebe dich, Lisa. Ja, was ist denn? Papa? Ja. Wie geht's dir so? Gut, warum? Ähm, ja, ich wollte sagen, dass ich dich lieb hab eigentlich nur. Äh, was ist mit dir jetzt los, was? Danke, dass du da bist. Was ist denn dich jetzt wieder, hä? Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich dich lieb hab und ähm, danke, dass du da bist. So, dass es existiert so. Hä? Ja, ich wollte nur sagen, dass ich dich lieb hab. Okay. Ja, okay. Hast du das aufgelassen? Nein, nein. Aber doch, da ist bestimmt wieder irgendwas los. Was ist denn schon wieder? Nein, nix, alles gut. Hä? Ich wollte einfach nur sagen. Wenn er das macht mich misstrauisch. Nein, alles gut, ich hab echt keine Scheiße gebaut. Alles gut. Mhm, okay. Ja, okay. Ja, passt schon, okay? Danke schön, ja. Ja, okay, bitte. Tschüss. Ich auch, ja, bis dann, ja. Tschüss. Lebst du mich nicht, Vater? Okay, danke, dass du mitgemacht hast beim zweiten Mal. Ja. Erstmal war ja fail. Ja. Wie gesagt, dein Instagram. Danke. Aber nochmal meinen Freund anrufen. Dein Freund? Ja. Geh auf deinen Freund an. Okay. Ich liebe dich auch, Schatzi. Also er ist nicht so ganz mein Freund, aber du weißt eh nicht, wenn ich mal extra rufen. Nicht ganz deinen Freund? Was meinst du? In der Phase und so. Du sagst trotzdem, ich liebe dich. Ey. Hallo. Ich wollte dir mal kurz was sagen. Es kann sein, dass ich dich liebe. Kann sein. Ja, es ist so. Was soll ich dir jetzt sagen? Wie bitte? Was soll ich dir jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Am besten, wir machen einfach mal was, okay? Gut, gut. Du, halt die Fresse. Du, halt die Fresse. Ich schau auf alles. Halt die Fresse. Was lauert der, diga? Du sagst, wir machen einfach was und so. Okay, bro, stell dich mal vor. Ich bin Baha. Ich komme aus Ingolstadt. Auf jeden Fall, wir haben dir auch erklärt, wie das geht. Danach übertreibst du ein bisschen. Danke, dass du da bist, dies, das. Aber du sagst auf Türkisch. Ja, dann sag ich schon das andere auf Deutsch. Okay. Mach mal. Komm schon. Ade. Hallo, Papa. Na, Pion? Ja, die ist gut. Wie ist es? Ja. Okay. Ich wollte sagen, dass, ich liebe, Saul her şey için. Ich wolf Ich bin, ich liebe dich. Ich bin, ich liebe dich. required. Abschuldig. Du hast es einfach. Abschuldig. 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 Du hast so gesagt, das war es früher vor. Aber bis zum 1 Uhr. Abschuldig. Vielen Dank.